Musik 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 Das Stolz-Fahrland hier wird die ganze Marke positiv nach vorne bringen und wird eigentlich das Image weiter verbessern und das Wahnsinn, was man da sieht. Es ist schon imposant, was der Stolz-Fahrer auf die Beine stellt und ich denke, das wird für uns als Händler und für die Kundschaft schon eine riesige Geschichte und da freuen sie sich jetzt auch einmal herzufahren und eine Werksbesichtigung zu machen. Ich bin jetzt von Stolz-Fahrland da ein bisschen beendrückt, weil es erstens einmal von den Größen ausmaß ich. Und das werden wir jetzt den Kunden einmal erzählen, wie groß das wird und was da gemacht wird für uns Händler und was von der Marken aus gemacht wird und was das dann im Endeffekt bringen wird. Also, Deutschland wird mit Sicherheit beim Stepperverkauf einen positiven Eindruck bei den Kunden machen, dass es immer noch wichtig, wenn ein Produkt in Deutschland gebaut wird, weil die Zuverlässigkeit und all die folgenden Sachen, die nachher auftreten, sehr wichtig sind für den Händler und für den Kunden. Vom Deutsch-Fahrland erwarte ich Top-Qualität, Produktivität und für unsere Kunden neue, gute Produkte. Wir freuen uns sehr, dass die Firma Sammeldeutz-Fahrer in Deutschland investiert und dass wir Made in Germany jetzt auch gegenüber unseren Kunden leben können und mit unseren Schlüsselkunden, Großkunden hier nach Lauing kommen können und diese neue Qualitätsoffensive hier auch aktiv den Kunden zeigen können. Ich werde hier aus dieser Geschichte vom Deutsch-Fahrland Zukunft eigentlich mitnehmen für unsere Kundschaft. Ein zukunftsträchtiges Produkt aus diesem Land, das uns als Händler die Zukunft sichert. Es wird mit Sicherheit eine Imageaufwertung geben, einen starken Imagegewinn und vor allen Dingen die Kunden haben was, wo sie sehen, dass Deutsch-Fahr innovativ ist und dass das ein Unternehmen ist, was für die Zukunft gerüstet ist. Ich verspreche für den neuen Deutsch-Fahrland schon eine Imageaufbesserung, weil der Bau sehr schön ist und es wird am Markt sehr viel Image für uns bringen.